Nächste Halt? Nächste Halt. Jetzt gehts aber runter. Jetzt kommt bald wieder. Siehst du irgendwas? Ähm, ja, dicht. Jetzt kommt bald wieder. Oh, tolles Dicht. Oh, gehts aber jetzt runter. Welche Seite? Ja, welche Seite? Schöne Frage. Welche denn wohl? Jetzt sind wir bei Keine einzige Weiche. Wir müssen raus. 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 Opa, geht die Hand. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Oma, die Ampel geht nimmer. Keine Ahnung. Seid ausgescheiden. Wir müssen raus. Beine kann ich in das Internet hochheben. Ich stelle es gleich mal dahin. Und da sind, wie viele Leute. Und da sind wir raus. Und da sind die Hand. 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 Der Schatten dachte, das wäre eine andere Achtung, aber ich habe jetzt gedacht, es gibt einen Unfall. Ah, eine Weiche. Im Umzug der Linie U3. Und der Linie noch früher beim Klippen. Der Linie U3. Und der Linie U3.